Willkommen zurück zu GraphicEye Ja ich habe mich jetzt mal hier ein bisschen umgeschaut und ähm ja Leute Ich habe mich nicht gefunden Ich habe mich nachgeschaut und es ist sehr simpel Was sagt Okay So Jetzt geht das Ding da runter Und Da ist dann auch noch mal so ein Teil drin Da kommt eine Katze hin und dann die Hübgitter auch Die Menschen sehen wir Das ist ähm Ja Simpel So Backe dann mal Ich habe mich gerade schon mal ausprobiert So 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 So. Das ist ein Mann. Okay. Alter! Das ist weitermann. Ja, jetzt ist das einfach offen. So, das muss ich hier jetzt auch. Ähm, hier haben wir jetzt von diesen Schwertern. Wir waren schon da verschieden. Ja, hier. Zeitklingel, Weltenspaltler, Lichtbringer. Wir haben 3 und 5. Ähm, nun ist jetzt die Frage, in welcher Reihenfolge? Drei Schalter, ne? Sparen ich eigentlich noch mal. Muss ich mal den Weg jetzt mal aufrufen. So. Nein. Nein. Das ist nicht klar. Wir haben das nicht. Und jetzt sind wir das nicht sehr, was ich wissen. Was ist das? Ja ich will, vielleicht ist das hier. Für mich kann man auch gute B-Bomben, weil man immer wieder Schalter drinnen kann. Aber wir wollen weiter. Ist jetzt was passiert? Okay. Okay. Und dann müsste der vierte und der fünfte noch kommen. Und den Schamanen. So. Das speichern wir mal wieder. So. 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 All right. So werde ich mithören. Cool's. Oh mein Gott, was schnüpfst du hier? Hey, ich wollte dich nicht anrufieren. Komm mal. Oh mein Gott, was schnüpfst du hier? Alles klar. Weil der Schwieg kommt so langsam zu, Alter. Triff doch! Na, Junge. Kann ich hier warten? Komm, stirb! Ja, klar. Wie viel der einfach aushält. Ich hab 40 Level. Würde reichen für zwei Hände, aber... Junge, ziel doch auf den richtigen, Alter. Aber... Na ja. Deswegen hab ich dein Freizeil gehabt, ja. Jetzt schießt auch nicht. Also... 2 2 2 2 4 Wir erhalten noch mehr Ausflüge, wieviel er ausfällt! Was ist das? Was ist das denn? Ich weiß noch nicht mehr da. Finsternis? Ja. Wohinne? Ja, schafft er auch nicht, Alter. What the fuck? Ja, schlag nicht. Das ist ein Scherb, Alter. Wie lange die dafür brauchen, diese Kack-Skelette-Zuruh. Da ist die Kack-Skelette-Zuruh. Da ist die Kack-Skelette-Zuruh. Und dann noch die Kack-Skelette-Zuruh. Das war's nicht so. Wir müssen nur einen Barsch-Skelle-Zuruh. Der ist aber auch noch ein Scherb. Der ist nicht mehr so. Der ist nicht mehr so. Oh ja. Hier. Hohle, oder? Amme, ich bin nicht da. Ah, meine Freunde, Angriff. Ah, angreifen. Das Skelette ist unfähig, Alter. Das sehen wir noch. Oh, das ist drin. Oh, es ist drin. Oh, das ist drin. Oh, das ist drin. Das funktioniert auch nicht, weil die Skelette schwach sind, keine Ahnung. Nimm mal das. Hauen wir den Feuerstummen. Störe. Störe. Ich bin einfach hinter mir direkt. Oh Mann. Ob ich überhaupt Schaden gekriegt habe. Ja klar. Der bewegt sich auch immer nicht mehr. Der Stuck dann einfach fest. Haben wir hier eine Einhandwaffe. Gut. Okay. Ich muss irgendwie eine Taktik herausfinden. Doch. Ich muss irgendwie eine Taktik herausfinden. Doch. Ich habe das Wort nicht besucht. Oh Mann. Kann doch echt nicht sein. Ja, wenn ich jetzt rausgehe, dann komme ich gar nicht mehr rein. Ich werde das Wort vollkommen ab. Ich werde das Wort vollkommen ab. Yo, okay, okay. Entry. Du stehst nicht mehr auf, ey. Ich weiß nicht, kann mich hier nochmal raus um den Tempel... Ich weiß nicht, was mich daran zu tun ist. Ich bin ein Schwerpunkt, was ich bin ein Schwerpunkt. Sie sind so schön, das ist so schön. Ein Schwerpunkt, was ich hier und schraubt? Ja, bis der schießt... ... 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 Das verstehe ich einfach nicht. Ach mann. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Wie ist das? Das verstehe ich nicht. Man kann man das nicht machen. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Wie ist das? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Nein! Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Und das verstehe ich nicht. Wow! Oh wow. Ich bin ja richtig lustig. an der Seite war aber auch noch einer ein Was ist das? Okay. 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 What are you doing? Oh, okay. Well, it looked like this was a good one, right? Look at this... This is a good one, right? Sollte Soll ich das mal rücken, oder was? Ja, nach unten der Weich. Das gibt noch die andere Seite. Wow. Haben wir die Möglichkeit. Vor allem hier auf der anderen Seite. Und nicht hier lang. Nein! Gut, dass ich gespeichert habe. Oh, Alter. Ich bin hier drin. Oh, hier ist ein Wohl. Hier ist ein Wohl. Hier ist ein Wohl. Das war's. Was ist das? Boah, das ist super, was man mag hier, was uns nicht hier bringen wird, finde ich, eigentlich die Punkte, die ich behalten soll. Oh, das ist super, was man mag hier. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh Was ist das? Was ist das? Ganz außen rum Da müssen wir auch immer mal Die Folge wird etwas länger Damit wir mal ein bisschen vorankommen Weil wir ja in einigen Folgen auch wieder ein bisschen gar nichts geschafft haben Das war 40 Minuten Und dann 40 Minuten Und dann war es längere Folge Haben schon jede Menge geschafft Und dann Und dann Gut, dass ich gespeichert habe Und dann Und dann Und dann Und dann Und dann So, oh ja. Das ist das vierte Strind. Besonderbares Schmeer. Me, alle fünf. Ein wundervoll Gefährdungsschwert, wo wir wohnen lernen können. Klingend eingraubiert. Vielleicht kann Fahrdorf diese Rudente von der Schoeller-Schwert nicht demonstriert hat. Lege ich das besser nicht an. Also, ich komme noch mal zu Fahrdorf oder was? Was ich hier jetzt auch gedacht. Ja gut, wenn das so ist, wenn ich jetzt das Fahrdorf muss, dann würde ich sagen, ich mache jetzt hier mal einen Cut. Und jetzt falle ich 33 Minuten. Oh, Mann. Und... ...und... 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 Vielen Dank.